Hey Leute und willkommen zum 15. Adventskalender Video und zwar wollte ich mit euch heute fünf verschiedene Violetta Kartentütchen aufmachen und ich würde sagen wir fangen dann auch gleich schon mal an. Als erstes haben wir hier einmal diese Kosmetikpackung und hier drin haben wir einmal Violetta und Ludmilla mit einem pinken Stein und von innen haben wir hier einmal das Disney-Violetta-Logo. Als nächstes haben wir hier einmal drei Packungen aus der dritten Staffel. Als erstes haben wir hier einmal Ludmilla und Priscilla, Bilou, Gary, Hermann und Violetta, Violetta und als letzte Karte haben wir hier einmal Matti. In der zweiten Tüte haben wir hier einmal Violetta und Leon, Milton, Diego und Francesca, Gregorio und als letzte beiden Karten einmal diese Karte hier und einmal Fede und Ludmilla. In der letzten Tüte haben wir hier einmal Alex und Violetta, Francesca, Camilla, Maxi und Violetta, Violetta, Olga und Hermann und als letzte beiden Karten hier einmal Leon und Ludmilla und Ludmilla und als letztes öffnen wir diese Tüte aus dem Film Teenie Violettas Zukunft. Hier haben wir einmal Teenie, die Brote, dann noch einmal Teenie, Teenie und als letzte beide Karten einmal hier diese und diese hier und ich würde sagen das war es auch schon wieder mit diesem Video und bis zum nächsten Mal. 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 und bis zum nächsten Mal.